Ein guter Schuss für den Schreiberling. Ich bin im Training. Einfach weiter. Genau, einfach weiter. Hi Jeff. Helft mir mit der Tür. Auf drei. Eins, zwei, drei. Geschafft. Danke. Toll. Wo? Wie kommen wir da rüber? Da hinten ist eine Leiter. Da ist eine Leiter, ja. Vielleicht können wir rüber. Schön. Gute Idee. Tja, das wäre schon mal die halbe Miete. Okay, ich arbeite mich vor, ne Freunde? Ja. Komm, ich helfe der Ruhe. Hey, achtung. Ja, komm. Okay, nächster Versuch. Funktioniert so. Oh, fuck. Sehr gut, Freunde. Wir sind auf dem Weg. Zu große. Zu richtig große. Zum Tempel, Alter. Oh, fuck. In Deckung. Wo sind Sie alle? Das ist wunderbar. Wir müssen das Ding aushalten, sehr. Ja. 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 Komm schon. Oh, ja! Jeder steht auf dem Dscherl. Wie wär's damit? Wie war das, hä? Oh mein Gott. Das war richtig peinlich. Okay, sieht gut aus. Ist das bei dem immer so? So ziemlich. Ja, bei mir ist es halt immer spannend. Das kann man sagen. Bei mir ist immer viel Action im Leben, weißt du? Das macht mich halt da hoch aus. Das macht mich einzigartig eigentlich. Kann man schon fast sagen. Kommt, hier lang. Nicht nach unten gucken. Das ist ein Widerstandskämpfer. Hör'n, du Holler! Oh, verdammt. Hast du das gesehen? Komm schon. Nicht so langsam. Und runter. Jetzt geht's wieder runter. Und hoch und runter. Okay. Hier sollten wir sicher sein. Oh, ho, ho. Cool. Oh ja, richtig cool. Das ist der Tempel, den wir, wohin wir wollten. Na, was sagst du jetzt? Du hast uns direkt hergeführt. Ich vermute mal, wir sind hier nicht rein zufällig gelandet. Ach, nein, nicht direkt. Ach, na, vielen Dank. Okay. Hinter was bist du denn eigentlich her? Siehst du das Symbol da? Das ist der Chintamani-Stein. Ein riesiger Rosafir. Ist Millionen wert. Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Na, wenn du das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert. Wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll in diesem Tempel sein. Naja, der Stein selbst ist nicht hier. Hey, Settmarin! Er ist in Shambhala. Shambhala. Nate? Ja, weißt du, Shangri-La. Kommst du mal bitte her, Schätzchen. Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen. Gute Idee. Kommt! Okay, gut. Hier sind wir erstmal sicher. Das ergibt keinen Sinn, Nate. Lazarewitsch kann wohl kaum auf Geld aus sein. Er braucht keins. Du übersiehst was. Komm schon. Wir sind nicht zum Spaß hier. Ihr zwei bleibt hier. Gut. Bitte bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Das Geheimnis der Stadt. Und das gute alte Drakes-Tagebuch kommt wieder zum Einsatz. Es muss irgendwas mit den Armen zu tun haben. Ja, okay. Dagger nach rechts. Ähm. Okay, das nach rechts und das nach oben. Das sieht aus, als wäre es wertvoll. Okay. Okay. Äh. 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 Noch einen. Genau. Nein. Noch einen. Nicht. Ja, unten. Wir sind nicht. Yeah. Das ist gut. Also da. BYE. Alles klar. Okay, ich gucke mir das gerade nur kurz durch. Kann man das jetzt... Achso. Das... Okay. Ich weiß, wie man schließt. Das wollte ich nicht. Ich muss da rauf. Aber wie... Ja, das... Wollte ich auch gemerkt. Was wir definitiv sagen können, wir müssen da rauf. Das ist klar. Nice. Das ist wohl die richtige Entscheidung. Sicher, dass das stimmt? Nach... Rechts muss er zeigen. Jo. Das stimmt. Das stimmt. Sehr nice Nate, ich bin stolz auf dich Ich muss mich gerade zu meinem Auge kratzen Aber ja, ich hab Glück, das stimmt Das muss man nach links zeigen, okay Okay, hey, komm gibst zu, du bist beeindruckt Bin ich, kriegst ne Banane Ist du okay? Bin okay Bin okay So, und jetzt fehlt noch eins Das kurze, äh, Gesamtkonstrukt Das kann auch sein Ähm, das ist so richtig so, oder? Ja, also der nach unten Also der nach rechts Der nach oben Das fehlt noch Der nach links Okay, ich muss da nochmal hoch Kannst du nur um Stunden handeln Äh, der Dreizack War der nach Der war auch nach rechts Ja, okay Ach, mir reicht's schon, dir zuzusehen Gut gemacht Und rauf mit dir Wie sieht das aus? Na, woher soll ich das wissen? Du hast doch das Bücher Es sieht richtig aus Das ist ganz easy Das ist eine meiner leichtesten Übungen Das ist eine verdammt gute Frage, Chloe Ist echt gruselig, aber Sag A So, tut sich was? Das Wasser läuft ab Überhaupt nichts tut sich Und? Ich habe die Tür gefunden Geschafft Also Eigentlich war ich das Komm ja schon Was denkst du? Woher soll Iinster ます Dun Que